Für den Zahlungsverkehr in der Schweiz werden rote oder orange Einzahlungsscheine verwendet. Diese wurden mit den QR-Rechnungen ersetzt, welche Ihnen auch im Clubdesk zur Verfügung stehen. Sie haben mit den QR-Rechnungen viele Vorteile. Zum Beispiel werden alle relevanten Zahlungsinformationen elektronisch übermittelt. Ihre Mitglieder können Ihre Rechnungen schnell und einfach durch Einscannen bezahlen. Es werden keine vorgedruckten orange oder rote Einzahlungsscheine mehr benötigt. Drucken Sie einfach auf weißes Papier. Um QR-Rechnungen zu benutzen, benötigt Ihr Verein lediglich die QR-IBA-Nummer, die Sie von der Bank erhalten. Tragen Sie diese einmalig bei Kontodaten ein. Gehen Sie dazu in das Finanzmodul, klicken Sie auf die Einstellungen und auf Zahlungsverbindung verwalten. Wählen Sie das vorhandene Bankkonto oder erstellen Sie ein neues. Wählen Sie dann zum Beispiel QR-IBA mit QR-Referenz und tragen ganz einfach die QR-IBA-Nummer ein. Jetzt sind Sie bereit, eine neue QR-Rechnung zu erstellen. Öffnen Sie eine neue Rechnung und wählen Sie bei der Zahlungsverbindung Ihr Bankkonto und die Zahlungsart QR-Rechnung aus. In der Vorschau sehen Sie eine QR-Rechnung. Schnell und einfach in Clubdesk erstellt. Damit sind Sie beim Zahlverkehr für die Zukunft gut gerüstet.